Ich habe Post bekommen von Gunter Knauf und für den Gutschein habe ich mir etwas gewünscht. Das ist der Anzelt-Modka-Strauch. Die werden abkommt, ja da ist er. Der ist ja größer als ich dachte. Baut sich echt intuitiv auf. Ich habe das rein. Ich habe das rein. Warum habe ich die Version genommen? Weil man bei dieser Version kleine Fritte so drauf packen kann. Und ausgeklappt. Großen Fritte. So, Gunter, vielen Dank für dieses Gebewein. Finde ich toll. Und äh... Das ist echt intuitiv. Alles hier rein. Die Tasche. So. Also vielen Dank für deinen Giveaway-Price. Und das Ding wird definitiv irgendwann mal zünftig eingeweiht. Und Ciao. 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 Ciao.